Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meinem Kalinkas Garten. Heute möchte ich gerne euch über diese Kraut was sagen. Und ich glaube bestimmt viele auch kennen das, das ist die kanadische Goldroute. Es gibt auch natürlich heimische Goldroute, aber die trifft man zur Zeit wirklich selten, weil die kanadische Goldroute eigentlich verdrängt sich aus unserer Heimat eigenen. Was wollte ich sagen, das kann man sammeln ab August, wann die Geblüte aufgehen. Wenn die Geblütenzeit ist, ist das Erntezeit. Aber für die, welche zum Beispiel Pollenallergie haben und können damit nichts anfangen, können eigentlich Ernten noch nicht aufgegangen. Das ist jetzt noch zu grün. Aber wenn das aufgeht etwas mehr, nur nicht gelb ist, kann man auch die Ernten. Und beim Trocknen wird sie sie dann ein bisschen nachreifen. Einfach abschneiden. Okay, jetzt habe ich meine Schere nicht mit. Ich breche einfach ab, so ungefähr, nur diese Teil. Und dann zusammen Bündeln machen und über den Kopf trocken lassen. Irgendwo in so einem lüftigen Raum oder unter dem Dach, nicht auf der Sonne. Und wenn dann trocken ist, dann werde ich euch erklären und zeigen, wie macht man auch damit die Tee. Die Kultrute nennen wir auch noch als Nierenkraut, weil die ist zuständig für unsere Nieren, für unsere Blase. Über diese Kraut erzähle ich euch zu Hause, weil unser Garten hier neben dem Kindergarten und es ist größte Teil ist immer sehr laut. Und das ist für mich schwierig, live hier was aufzunehmen. Aber noch ein kleiner Gartentyp, das lieber nicht auf die Beete drauf machen, weil da sind wir zusammen. Logisch, ja? Aber, denn dieser Stiel kann man in die Stücke schneiden oder einfach das zwischenlegen, zwischen mehrjährigen Pflanzen. Wie zum Beispiel Erdbeeren kann man machen. Bei den Schwarzen Johannis kann man das machen. Diese Stiele kann man auch sagen, sammeln und es ist egal, ob die abwelken oder die trocken werden. Die haben ihre Wege, diesen chemischen Bestand nicht verlieren. Und dieser chemische Bestand ist zuständig für die Unkrautsamen, welche in der Erde liegt. Die lassen die nicht aufgehen, dass sie sozusagen bremsen die Wuchs von den Samen. Aber auch noch, zum Beispiel, wenn wir das unter unsere Tomaten legen oder Gurken, dann schützen wir auch von den Pilzkrankheiten. Das ist einfach ein kleiner Gartentyp von der Goldbrüte, für was kann man die noch verwenden. Aber die Blüme, wenn ihr dann nicht braucht, lieber dann sie irgendwie entsorgen, nicht in den Kompost reinmachen. So, wir sind wieder in meiner Küche mit dieser wunderschönen, wirklich goldener Farbe Goldbrütenpflanze. Und ich habe auch noch ein bisschen vorgearbeitet und schon vor einer Woche mir auch das alles vorgesorgt für Winter. Und einfach auch trocken lassen. Und wenn ihr trocken lässt, irgendwo auf den lüftigen Raum, nicht direkt auf die Sonne. Es soll so trocken sein, wenn ihr mit der Finna einfällt, soll es knistern. Hört mal bitte. Hört ihr, wie die Bläder raschen. So trocken es soll sein. Sonst, wenn es nicht richtig getrocknet wird, dann macht ihr in eure Gläschen, dass ihr euch es nicht schimmelt. Und die Goldbrüte trocknet wirklich sehr schnell, weil sie hat sehr feinere Blätter. Und diese kleinen Blüten sind auch kaum so Feuchtigkeit in sich haben. Ich habe hier zwei Zweige, euch zu zeigen. Eine ist jetzt voll abgeblüht und die andere war nicht voll abgeblüht. Dass diejenigen, welche mit Polenallergie schon so leiden, dann sollen die lieber solche sich trocken lassen. Und jetzt können wir die einfach abmachen. Es geht wirklich einfach nur runterziehen. Aber von dieser Pflanze kann man alles nehmen. Kann man sogar diese Stöckchen nehmen und sich mit Gartenschere oder mit deurer Küchenschere so klein schneiden. Die Bläder kann man nehmen, kann man komplett so einfach mit der Gartenschere schneiden. Es ist wirklich einfach. So, und jetzt machen wir auch unsere Tee. Die Tee von der Goldbrüte kann man auch als wenn man bei den entzündlichen Krankheiten benutzt, von den Harnwegen. Wie zum Beispiel Blasenentzündung oder Harnleiterentzündung oder Nierenentzündung. Das wirkt krampflösend, es ist entzündungshemmend und harmfördernd. Das bedeutet, dass wir spülen unsere Nieren und Blasen durch. Damit gehen auch diese Bakterien, welche diese Entzündung vorgerufen haben, auch raus. Nicht mal davon zwei Teelöffel von getrockneten Blüten. Hier habe ich nur Blüten ohne Stimme, so ungefähr. Die sind so weich wie Feder, weil wenn die dann komplett aufgeblüht sind, wirklich wie eine kleine Watte. Zwei Teelöffel. Und was ist gut ist, wenn ihr wirklich schon Leiden habt. Keine Kuh, keine so eine Vorsorge, sondern ihr habt die Leiden von den Nierenschmerzen und so weiter. Sehr gut kann man dazu geben auch noch Rosmarinnadeln. Am besten natürlich frische und die frische Rosmarin haben wir immer auf unsere Küchenfenster oder auf dem Balkon. Ich habe im Garten richtig schöne größere Busch, den decke ich über Winter noch ein bisschen zu. Dann kann ich sogar im Winter mit frischen Rosmarin noch pflücken. Oder gibt man dazu mal eine Blüte von Kapuziniengräse oder vielleicht so zwei Blätter von Kapuziniengräse. Da habe ich leider vergessen, aus meinem Garten zu bringen. Wir übergissen wir es mit kochendem heißem Wasser. Und lassen wir zehn Minuten ziehen. Die Farbe wird richtig so gelblich, wie die selber Pflanze ist. Oder kann man so erinnern, es ist Nierenkraut, ja deswegen auch sieht es gelblich aus. So, gut umrühren und zehn Minuten ziehen lassen. Nach zehn Minuten können wir unseren Tee abseihen und trinken. Oder so, oder kann man auch ein bisschen Honig dazu geben. So meine Lieben, schaut ihr, wie sieht unser Tee aus. Schön, Gold, Gelb. In den Geschmack, ich habe jetzt noch ein bisschen Rosmarin gegeben. Der Rosmarin gibt sein bisschen Geschmack. Aber ich kann mir vorstellen, mit ein bisschen Honig schmeckt es natürlich noch besser. Aber es ist nicht bitter oder so auftrennend. Es ist wirklich ein schöner Tee. So liebe Freunde, das wollte ich euch zeigen. Weil mich hat mal auch gefragt, kannst du nicht mal Goldrude Kraut auch mal zeigen. Und ja, dann dachte ich, es geht ziemlich schnell und einfach. Und warum auch nicht, wenn ich es auch für mich sowas vorbereite. Warum auch nicht mit euch teilen. Und manchmal, wenn es so kalte Tage sind oder die Füße waren kalt, dann habe ich auch selber manchmal so eine Probleme mit der Blase oder Nieren tut da manchmal weh. Und so einen Tee zu trinken ist doch so gut. Und da müssen wir nicht in Apotheke rennen und teure Medikamente kaufen. Natürlich, wenn ihr natürlich schon Schmerzen beim Wasserlassen habt, dann lieber geht ihr auch zum Arzt. Dann ist es wahrscheinlich schon zu spät. So liebe Freunde, das ist mein Video Goldrude. Und jetzt möchte ich euch noch mal kurz zeigen, mein Garten nach heutiger Tag. Es ist so, dass unser Garten liegt. An einer Seite haben wir Kindergarten, ziemlich großen Kindergarten. Und hinter unserem Garten ist ein großer Spielplatz. Und wir haben wirklich sehr, sehr selten, dass wenn wir in den Garten kommen, dass wir können das aufnehmen, so leicht. Wo die Vögel zwitschern oder Bienchen zoomen und Insekten rumfliegen und zoomen. Es ist wirklich sehr schwierig, weil die Kinder dann ziemlich laut, dass nicht meine Stimme hört. Aber es ist ein ganzes Video dann ein bisschen stört. Und das wird ihr auch selber merken. Wir haben versucht, sogar in der Mittagzeit jetzt es aufzunehmen, wenn die Kinder gehen, rein zum Mittagessen. Aber leider dann kommen die anderen Kinder zum Spielplatz und es wird wieder laut. Deswegen mache ich wirklich sehr selten Videos im Garten. Und wenn ich das mache, dann muss ich immer dann die nachsprechen. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim meinem Rumgang in meinem Garten. So, meine Lieben, ich versuche jetzt einen ganz kurzen Rumgang in meinen Garten zu machen. Wie ihr jetzt am heutigen Tag alles gut seht. Ja, es wird nur geerntet und geerntet. Und muss man eigentlich noch sehr viel hier sauber machen. Die Möhren ernten wir wirklich richtig gut. Und dieses hier sind die sehr schöne Möhren. Schöne gerade Möhren, große Möhren. Richtig schöne Möhren. Hier habe ich noch ein bisschen Puri eingepflanzt. Und habe auch schon ein paar geerntet. Das ist von Sascha Selfbio, sein Kanal. Habe ich in seinem Shop gekauft, die Samen. Das Samen Elefant. Ja, sehe nicht schlecht aus, aber der Frühling war nicht so gut. Und es hat jetzt richtig irgendwie alles gestanden. Zucchini, Zucchini kann ich nicht mehr sehen. Es war so viel Zucchini dieses Jahr. Besonders diese Runde Zucchini. Das war echt reichlich. Der Sauerampfer steht wieder so gut, sogar besser als im Frühling. Richtig toll sieht er aus. Und schaut, da überall liegen wir noch Zucchini, Zucchini, Zucchini. Das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, ich muss die alle entfernen. Weil keiner will schon auch die nehmen. So, die Tomate. Die Tomaten kommen auch richtig gut. Und jetzt habe ich auch schon viel geerntet. Und schaut, es hängt wirklich noch genug da. Und jetzt tut diese mal Woche schönes Wetter und Sonne. Und reifen die richtig gut und schnell nach. Kann man nicht merken. Die Ernte dieses Jahr war wirklich sehr, sehr gut. Und das sind meine Tagetis. Das sind ganz normale Tagetis. Gartentagetis. Und die kann man nehmen für die Tee. Und was ich da in meinem Video alles gezeigt euch. Über die Tagetis. Weil oft fragen mich, darf man die, darf man die. Eigentlich alle Tagetis sind nicht giftig. Nur eine haben mehr Lituinen und die andere weniger. Das ist nur der einzige Unterschied. So, ich zeige noch von der anderen Seite. Weil ich in zwei Reihe Tomaten hier gesteckt. Und ja, habe ich auch meine Lieblingssorten auch rausgesucht. Das sind die, diese nicht so ganz große, kleine, runde Tomaten heißen die. Sehr viel Appusch. Wirklich sehr gut. Das weiß ich nicht. Ich habe zusammenbekommen, wie das Sorte ist. Aber auch sehr viel. Und die sind so aromatisch. Diese kleinen Cocktail Tomaten. Wirklich sehr lecker. Dann habe ich noch solche. Die werden etwas gelber. Da ist einer schon fast reif. Kann man schon ernten. Hier kommt auch so eine Woche, diese Black Tomaten. Die kleinen Birnchen. Von denen mache ich immer nur ein Busch. Weil die platzen gerne. Aber schmecken tun sie gut. Und dann hier, hier sind die zwei Ananas Tomaten. Die passen nicht mal sogar in meine Hand. Und bin gespannt, wie wir das wiegen, wenn es fertig ist. Die sind auch schön. Diese schwarzen Tomaten, die werden so rotlich. Im Geschmack sind die wirklich sehr, sehr lecker. Dann ist das jetzt diese Runde. Die sind wirklich fast violett. Sehr hübsch. Und die, die sind auch wunderschön. Mit diesen roten Streifchen. Wirklich hübsch sehen die aus. Die schmecken auch sehr gut. Hier im Bett, wo Knoblauch war, habe ich ein paar Reihe Radieschen schon eingesiegt. Und ich finde, wenn man Ende des Sommers die anseht, die stehen noch besser und schmecken sogar noch besser. Die gehen nicht in den Samen. Wirklich funktioniert immer gut. Mache ich immer so. Spätsommer Radieschen. Dann habe ich noch Rucola an. Hier sieht, und fehlt Salat. Ja, da sieht man schon ein paar. Kommen die auch raus. Hier ein großer Busch von Pagetis. Ein paar Paprikas. Papironi. Rote Beete sieht auch gut aus. Und hier sind die meine Bohnen. Die sind richtig auf den Kirschbaum geklettert. Und wir haben wirklich so viel geerntet. Jetzt werde ich das alles runterreißen. Und reicht langsam. Ich habe sehr viel eingekocht. Eingekocht, eingelegt, angefroren. Jetzt Schluss. In diese Bäte, wo ich war, in die Gemüse, habe ich jetzt wieder Brokkoli angepflanzt. Und zwei Sorten von Salat. Kopfsalat und Eisbergsalat. Und es steht schon richtig. Schaut. Kann man sogar schon einzelne Blätter pflücken. Aber es hat man noch von einem anderen Gemüse genug. So, die Kartoffelbeete ist noch nicht komplett geerntet. Ernten wir noch Stück vor Stück. Und dann restet es natürlich Blumen, Blumen, Blumen. Himbeer, jetzt gibt auch sehr viel Beeren. Habe ich schon auch sehr viel gepflückt. Aber bis jetzt nur genascht. Nichts damit gemacht. Erst mit sozusagen Vitaminen essen. Und dann, wenn es zu viel ist, dann kann man auch einkochen. Oder irgendwas aus dem machen. Meine Aster. Stehen auch gut. Und hier Padaillen. Die ist schön. Und die anderen sind klein. Aber ich finde die auch so niedlich. Wie kleine Kugeln. Süßkartoffeln. Frage ich mich, wann soll ich den ernten? Muss ich mich schlau machen? Erstmal habe ich jetzt ein Topfchen hier reingesetzt. Süßkartoffeln. Deswegen, da bin ich noch da kein Profi. Und hier auch Peperoni und noch eine Paprika. Irgendwie dazwischen gekommen. Im Hochbeet mit den Gurken geht es langsam zu Ende. Dahin noch ein paar. Aber langsam ist es schon alles. Schluss. Huhu. Ich bin im Dschule. Das ist eine Pflanze von der Kürbis. Und schau dir mal. Was liegen sie da für so eine Apparatur? Das ist die kleinste. So ein großer Sinn. Da liegt aber noch ein. Etwas größer. Schau dir. Aber hier liegt das aller, aller Reste. Erste, welche rausgekommen. Ein riesiger, wirklich ein riesiger Kürbis. Mal schauen, wie kann ich ihn wieder raus holen. Und das haben wir heute alles geerntet. Der Kofferraum wird wieder voll. Vielfalt von den Tomaten. Groß und klein. Wieder Zucchini und ein bisschen Kartoffeln. Der Garten schenkt wirklich Schätze. Hier im Topfen habe ich noch ein paar Busch-Tomate. Rote und gelbe. Und hier unsere Weintrauben. Ja so liebe Freunde. Da werde ich hier zum Schluss machen. Das was ich meine. Es ist sehr schwierig hier ein Video machen. Ich wünsche euch alles Gute. Und ich hoffe, dass ihr habt Spaß gehabt. Beim Gartenrundgang. Alles Gute liebe Freunde. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.